Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescore auf der Sony Playstation 3. Ich spiele heute Call of Duty Modern Warfare 3, Capture the Flag auf der wunderbaren Map Terminal. Also so, ich nehme die UMP45 mit die MP412, Splitter, Blendgranate, Aufklärung, Schnellziehen, Bro und Todesstille. Map ist relativ dunkel geworden hier. Es gehen wir erstmal ins Tageslicht, weil dafür nur was am wohlsten. So, da sind wir schon. Na na na, schmossen wir erstmal hier eine Granate hin. Vielleicht können wir den ersten Gegner gleich abknallen. Wir gehen nämlich jetzt nach hinten in die Ladeluke des Flugzeugs Ruger. Legen aber erstmal hier sicher auf den Boden legen hier. Mal gucken. So, wir greifen nämlich jetzt von hinten an, Alter. Von hinten! Wie die Hamburger Hänger! So! Da ist die Flagge, Alter! Perfekt! Perfekt, Alter! Perfekt! Flagge, Alter, eingenommen! Ab in den Ruger rein! Alter, nicht mit mir! Raus aus dem Ruger! Gucken nochmal hier! So! So, ich muss jetzt in die Basis, Alter! Das ist kein Problem! Jetzt gehen wir mal hier durch und schlagen die Scheibe ein! Geh nach vorne und nach rechts! Oh mein Gott! Die Spannung ist riesig! Oh! Nein! Eliminiert! Eliminiert wurde ich! Nein! Oh! Oh! Da haben sich die... Da sind die Camper! Haben schön auf meinen Restbone-Punkt gezockt! Äh! Geballert, Alter! Damit ich tot bin! Aber nicht mit mir! Oh! Das sind genau solche Leute! Das sind solche Leute! Das sind diese verdammten Restbone-Leute! Oh! Mein! Gott! Schaut euch das an! Das sind diese Bastarde, Alter! Die gehen auf die... Gehen auf die Leute drauf! Was absolut nicht in Ordnung ist! Seid ihr jetzt cool oder was? Seid ihr jetzt cool? Schaut euch das an! Ich werde euch jetzt die Online-Ads von den ganzen Campern hier sagen! Und zwar heißt der... Oh! Das gibt's doch gar nicht! Hier werde ich abgemurkst, Alter! Von den kleinen Kindern! Von den kleinen Kindern! Dann werde ich abgemurkst! Sowas ist natürlich... Mir ist schon sehr oft passiert! In Modo-Ruffer 3! Schaut euch das an! Der oben positioniert sich! Und killt mich einfach weg! Aber nicht mit mir! Nicht mit mir, Jungs! Nicht mit mir! So! Bist du jetzt wieder... Ja, frei sozusagen! Wir können uns mal wieder bewegen! Jetzt nehme ich erstmal die Flagge! Hahahaha! Die Flagge ist eingenommen! So! Puschen wir mal nach vorne! Du 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 du! So! Da vorne müssen wir aber schützen! Yaaah! Oh! Mamma mia! Mamma mia! Schau dir das an hier! Das sind richtige Camper! Ich will ja keinen mehr leiden! Oh! Das wäre meine gewesen! Das wäre meine gewesen! Das wäre meine gewesen! Das wäre meine gewesen! Das wär mein Kill gewesen! Das wäre mein Kill gewesen! Der hat mir meinen Kill geklaut. Der hat mir meinen Kill geklaut. Der hat mir meinen Kill geklaut. Mann, Mann, Mann. Ich wollte ihm gerade eine Abrechnung geben. Eine richtige Abrechnung. Los, Leute. Aufteilen. 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 Los. Ich greife von da an. Perfect. 20 Punkte. Eliminiert, Alter. Du kriegst keine Mob. Niemals bekommst du eine Mob. Das lasse ich nicht zu, dass du eine Mob bekommst. Zocken wie die kleinen Kinder. Oh. Da wurde ich ausgeschaltet. Wer hat mich denn da erwischt? Wer war denn das? Och. Das ist doch einfach krank, Mann. Das ist einfach krank, Alter. Perfect. So, die Zeit riecht knapp. Mann, Mann, Mann. Der legt sich bestimmt auch auf den Boden. Könnt nicht mal richtig zocken. Schaut euch doch mal diesen Score an. Der ist also nicht normal. Ob die damit glücklich waren? Das ist natürlich ihre Sache. Perfekt. Ja, hier sehen wir die richtigen Booster. Die ganzen Camper. Schaut sie euch an. Ich markiere sie mal unten. Mit einem kleinen X. Der hier. Und der hier. Der hier. Ja, diese drei Leute sind so richtige Camper. Ihr könnt die natürlich sofort vollzbämen und was weiß ich. Macht das mal. Und ja. Ich höre jetzt hier lieber mal auf, weil das bringt nichts. Bis zum nächsten Mal. Euer Joe Gamescom. See you later. Alle geht das. Ciao.